Genial daneben heute mit Heller von Sinnen, Ralf Baumstern, Dieter Nuhr, Siegert Boning, Bernhard Bohlberg. Guten Abend meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass Ralf Baumstern heute zum ersten Mal bei uns dabei ist. Ich finde es sehr schön. Ich bin jetzt entjungfert. Du bist entjungfert, natürlich. Und ich bin mir sicher, dass du auch trotz dieser Intelligenzbestien, die heute hier sitzen, wahrscheinlich die eine, ich rede von den Menschen hinter euch, die eine oder andere Frage bestimmt sofort beantworten kannst. Ja, weil da haben Sie noch etwas im Mund. Ja, Zähne. Noch. Und worauf kauen Sie gerade? Auf der Klebepaste zwischen Zähne und Gaumen. Herr Balder, haben Sie noch etwas im Mund? Was für eine Frage. Ich freue mich auch, dass Dieter Nuhr da ist, Wiegert Boning, Bernhard Toicke heute auch wieder mit diesem Haarshampoo gewaschen, mit dem Glanschampoo. Ich habe heute sowas genommen. Der Haarkur drin. Ne, das war so eine Creme, so eine Creme-Lösung. Hat aber auch geschäumt. Ich benutze, ja. Creme Brûlée. Creme Brûlée. Ich lache mal mit. Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie das heute wird. Wir haben sehr, sehr schöne Fragen wiederbekommen, meine Damen und Herren. Wenn Sie noch Fragen zu Hause haben und Sie unbedingt loswerden möchten, ich sage Ihnen nachher die Adresse. Sie können schon mal, wie wir früher immer so schön gesagt haben, Papier und Bleistift. Das Recht. Aber schauen Sie erst mal im Internet nach, was das überhaupt ist. Okay, fangen wir an. Wir beginnen in Wien, in Österreich. Dort wohnt Markus Horner. Was haltet ihr schon alleine von dieser Feststellung? Markus Horner. Die Frage ist, hat er die Warnsirene eines Rettungsfahrzeugs erfunden oder war es sein Bruder mit dem Namen Martin? Ach, jetzt verstehe ich. Wegen Martin Horner. Entschuldigung, ich soll mal gleich drüber lachen. Ich war noch gar nicht Fertwetschebügel, wie die Kölner sagen. Ich war noch gar nicht fertig, die Frage kommt ja erst mal. Ja, nicht ohne. Also, Markus Horner möchte wissen, was ist ein G-Flügel? Also nicht ein Geflügel, sondern G-Flügel. Mit G-E-H. Mit G-E-H. Ein G-Flügel. Ja. Ja, Leonardo da Vinci hat ja die ersten Versuche mit Fluggeräten durchgeführt, beziehungsweise Zeichnungen angefertigt, die zu diesen Versuchen hinleiten sollten. Also, Flügel angelehnt an den Vogelflügel, der mit den Füßen des Piloten getreten wird. Muskelkraft. Stichwort, Aviation und Muskelkraft. Und dann? Gut. Und dann komme ich mit meiner Theorie. Ich glaube, das Huhn an sich, es hat doch noch so nette Flügelchen. Aber haben wir es schon mal flieg gesehen? Nein, das Huhn an sich geht. Und die Flügel haben sich wahrscheinlich zurückgebildet, weil es nicht mehr richtig fliegt. Deswegen glaube ich, dass der Ornithologe beim Huhn zum Beispiel oder bei anderen Vögeln, die eben nur gehen, aber noch Flügeln haben, die sie aber nicht zum Fliegen benutzen können, vom sogenannten G-Flügel sprechen. Daher ist wahrscheinlich auch das Wort G-Flügel entstanden. Ohne Haar. Ohne Haar. Meines Erachtens Fliegenhühner aber, und zwar selbst ohne Kopf. Das ist so. Wenn man den Kopf abschneidet, fliegen sie sogar noch ein Stück weiter. Fliegen, ich weiß. Das ist so richtig. Sie laufen auch da noch weiter. Hab ich nicht ausprobiert. War das nicht Störtebecker, der noch lief ohne Kopf? Ja, das war doch kein Huhn. Nicht nur Hühner, auch Piraten. Piraten auch, ja. Ja, aber das... Das hat sich mit einem Frosch ausprobiert, glaube ich, damals, als ich klein war, aber das ist auch nicht mehr gefroren. Und Gott, Herr, nur das macht Sie nicht wirklich sympathischer. Ich war klein. Ich war sehr... Ja, ja, egal. Ich war auch klein und hab's nicht gemacht. Übergeordneten Laufvögel. Auch der Strauß verwendet ja diese Stummelflügel, um bei hohem Tempo die Balance zu erleichtern. Hat der G-Flügel? Der Strauß? Ja. Ich glaube, der G-Flügel kommt aus dem Bereich der Musik. Und jetzt kannst du weiterwählen. Das ist ein Flügel mit beweglichen... Ein G-Flügel ist ein Flügel, der auf G gestimmt ist. Was? Das wäre der G-Flügel ohne Ehren. Oh, da gibt's aber viele Flügel. C-Flügel, Cis-Flügel, D-Flügel, Dis-Flügel. Schön. Vielleicht ist es auch was zum Anziehen. Also der G-Flügel, vielleicht kommt das auch vom G-Rock zum Beispiel. Der G-Rock, man hat das an. Und das ist eben sowas, wo man sich mit einem Flügel umschnallt und das ist dann eben nicht der G-Rock. Sondern der G-Flügel. Überhaupt nicht ignorieren. Ja? Einfach... So, ich habe jetzt nicht so ganz zugehört. Wie war das jetzt nochmal? Ein G-Flügel ist ein Flügel, den man sich umschnallt und damit geht. Und darum wird das so genannt wie der G-Rock. Warum sollte man das tun? Auf Weihnachtsmärkten, Herr Balder. Zum Beispiel eben. Auf Weihnachtsmärkten. Menschen, die Engel darstellen. Ja. Die von hohen Gerüsten runterspringen und da wären wir dann wieder bei... Ich bin beim Kotflügel. Ja. Kot. Hinten am Auto, Kotflügel 50er Jahre. Früher gab's ja auch die... Nee, bei Flügelt... Flügeltürern! Natürlich! Also es geht um die Türen am Mercedes, der früher in den 50er Jahren die Flügeltüre hat. Der 300er. Genau. Und diese in Kombination mit den Kotflügeln, das sind nämlich die G-Flügel, wenn man so ein Auto ausstopft. Und man verwendet nicht mehr die Reifen, um vorwärts zu kommen. Und das heißt heute Trittbrett. Das war früher der G-Flügel und der Kotflügel. Also wären wir im Prinzip beim Auto. Ja. Dieter? Wie in der Schule damals. Wir sind in der Architektur. So. Selbstverständlich. Und zwar, ich hab einen Teil meines Lebens an der Universität Essen verbracht. Als was? Und da waren die Flügel des Universitätsbaus mit Buchstaben benannt. Da hat eine Kommission sechs Monate dran gesessen, damit der gelbe Flügel den Buchstaben S bekommt. Für Sandgelb. Ja. Das ist kein Scherz, das ist wirklich wahr. Was war denn dem G-Flügel untergebracht? Und der G-Flügel ist wahrscheinlich Gänsegrau. Und ist gebaut worden, nachdem ich fertig war mit dem Studio. Ja. Also ich glaube, dass es eine bestimmte Form von Architektur gibt, wo es gibt ja ein U-förmiges Haus oder ein T-förmiges Haus vom Grundriss her. Und ein G-Flügel, das ist, wenn ein U-förmiges Haus noch einen Flügel hat, der nochmal nach da führt und nochmal so, da rein. In das Innere. Wie heißt es dann der G-Flügel? Wolfsburg. Also ich bin mir übergeordnet. Fußballmannschaften, die im Flügelspiel... Kann ich wenigstens hören, dass ich dünn Pfiff geredet habe? Ja. Also Fußballmannschaften, die beim Flügelspiel über eher langsame Außenstürmer verfügen, die halt weniger laufen, sondern je länger das Spiel wird, auch immer häufiger gehen. Da spricht der Fußballreporter vom G-Flügel. So Charlie Dörfel früher. Zum Beispiel. Der ja am Anfang viel gelaufen ist und dann doch während des Spiels immer... Am Ende zum G-Flügel-Stürmer wurde. Aha. Wären wir also im Sport? Ja. Praktisch. Würden wir da auch bleiben beim Sport? Das kommt auf Sie an, Herr Wald. Das kommt auf mich an. Es kommt darauf an, ob ich drankomme. Ich würde... Sie waren doch gerade erst dran. Ich möchte aber gern nochmal. Bitte. Hermes hatte G-Flügel. Er hatte klein... Falsch. Also, Sport ist richtig, Herr Balder? Hermes ist doch der Paketdienst, ne? Der Götterbote, Herr Balder. Der Götterbote. Was war mit dem Götterbote? Der hat kleine Flügelchen an seinen Füßen. Ist wahr. Ja, damit er... Auch viele Flügel. Oder an den Füßen. Ja, damit er wahrscheinlich kommt drauf an. Auf jeden Fall, wenn der... Ich meine, der hätte die auch in den Füßen manchmal. Ja. Je nachdem, wie er dargestellt ist. Ohne sind die Gouloirs früher. Die Gouloirs haben... Die hatten, glaube ich, den Helm mit den Flügeln. Ja. Asterix zum Beispiel auch. Ja. Ich hatte zum Kackenspiel dabei. Und der hatte... Und das sind G-Flügel, weil die kann man auch beim Laufen benutzen. Was? Dann bin ich der Meinung, es ist ein... Auch in der Architektur, es ist der Flügel, durch den man aus dem Haus heraus geht. In einem Theater oder in einem Kino gibt es einen speziellen Flügel für die Leute, die rausgehen. Von Flügeltüren. G-Flügel. Ah. Eine Flügeltür, die sich nach außen öffnet, ist ein G-Flügel. Nein. Wenn man dann raus geht. Nein. Aber es hat mit Türen zu tun. Ja. Ja. So. So. Ich sag noch Hermes. Sie haben mich ja auch gerade bei Flügeltüren sehr aufgeregt angeschaut. Ja. Ich schau sie immer aufmerksam an, aber jetzt bei Flügeltüren ganz besonders aufmerksam. Sehen Sie? Weil wir in der Nähe sind tatsächlich. Was ist ein G-Flügel? Die sind die Flügeltüren, durch die man von dem Salon ins Esszimmer geht. Das ist völlig wurscht wohin. Ich weiß es. Schlüssel. Aber man geht durch die Flügeltüre in einen anderen Raum, in einem Schloss. Warum heißt es G-Flügel? Weil man... Nochmal Tür. Weiß nicht. Schlüssel. Da gibt's der Bart eines Schlüssels. Der hat, wenn man von vorne drauf schaut auf die alten Schlüssel, dann haben die verschiedene Formen. Zum Beispiel gibt's eine 5. Und so etwas gibt's auch mit G. Ist das der G-Flügel? Das ist jetzt ganz falsch. Ist das eine Flügeltür, die noch... G. Du hast eine Flügeltür, die noch... Dieter? Ich gebe ganz kurz... Einen rechten Flügel hat. Der rechte Flügel ist der G-Flügel, weil man geht rechts und der linke Flügel ist der L-Flügel. Und wenn man sich umdreht, dann ist der andere Flügel der G-Flügel. Was? Ja. Also das verstehe ich jetzt aber auch. Das verstehe ich jetzt aber auch. Ja, das verstehe ich aber jetzt auch. Das ist der rechte Flügel, durch den man raus geht, weil die Tür nach außen aufgeht. Darum gehe ich. Das ist der G-Flügel. Und L wie reinkommen. Geht ja keiner durch den... Ja. Ihr solltet noch einen kleinen Moment drüber nachdenken. Ihr seid ganz nah dran, meine Damen und Herren. Denken Sie auch noch. Wir machen ein bisschen Werbung. Sind dann sofort wieder bei Ihnen. Bis gleich. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Was ist ein G-Flügel? Wir sind ja kurz davor. Also ist ein G-Flügel... Also, lasst uns noch mal repetitiv. Also wir sind bei einer... Tür. Ja. Was für eine Tür? Und es handelt sich um eine bestimmte Tür. Eine Flügeltür. Ja. Wie sieht denn so eine Flügeltür aus? Schwingtür. Ist das wie eine Schwingtür im Saloon? Unter Umständen. Es gibt eine mit... Oder auch nicht. Es gibt eine mit Klinke und eine ohne Klinke. Die geht dann von alleine auf? Nein. Also zwei Türen, zwei Türenhälften, die nicht ineinander greifen, sondern die aneinander vorbei. Nein. Die linke Türe steht fest. Bitte? Die linke Türe steht fest, weil die nie jemand aufmacht. Weiter. Und die rechte Türe, durch die geht man rein und aus. Und das ist der G-Flügel. Das ist eine rechte Antwort. Ja! 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 Fantastisch! Sehr gut! Sehr gut! Ich habe gerade eine Tür gekauft. 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 Dafür brauchte ich aber auch viel. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Zum ersten Mal hier erste Frage gelöst hatten wir glaube ich noch nicht. Dieter, was wolltest du sagen? Er hat eine Tür gekauft. Das fand ich faszinierend. Ich habe gerade eine Tür gekauft und da fiel mir ein. Guck mal. Das muss das sein. Also wir kennen doch alle diese doppelflügigen Türen, wo meistens nie beide auf sind. Eine ist immer verriegelt und durch die andere geht man. Und das ist der G-Flügel und den anderen Flügel nennt man Stehflügel. Nein. Ja. Okay. Die Wiener wieder. Ja. Die Wiener. Markus, es tut mir wahnsinnig leid, aber Sie haben es ja eben mitbekommen, Herr Morgenstern. Zack. Kaum kommt er, ist er da. Okay. Dann gehen wir mal zu Matthias Weyand. Matthias Weyand wohnt in Bad Laspe, das liegt in Nordrhein-Westfalen und hat eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Sie lautet wie folgt. Warum wird in einer Vitrine des Sportmuseums von Helsinki eine saarländische Grubenlampe ausgestellt? Kleine Information, die saarländische Grubenlampe stand aus dem Jahre 1910. Warum wird sie im Sportmuseum von Helsinki ausgestellt? Ich glaube, weil die sonst keine Exponate haben. Das finde ich, das hast du gut gelöst. Da ist gar nichts weiter drin. Die haben nur so eine Grubenlampe. Die haben nur die Grubenlampe aus dem Saarland. Also Helsinki, was ist das, Finnland? Ja? So, und der Finne an sich, die machen doch gerne einen Langlauf. Herr Bohnen kennt sich da sehr gut mit aus. Da gibt es ja auch Lappen, Frau von Sinn. Da gibt es ja auch Lappen. Nein, 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 stopp. Lappen gibst du auch. Wir wählen sofort den Witz, der jetzt hier gleich kommt. Bitte? Den Witz traut er sich nicht jetzt zu. Nein, da kommt kein Witz. Nein. Welchen Witz machst du nicht? Welchen Witz? Die finnische Regierung weist erneut darauf hin. Hella, Hella, du machst ihn. Du machst ihn gerade. Er kommt aus dir raus. Ich kenne den Witz nicht. Jetzt hat er schon den alten Witz vergessen. Also, vielleicht hatten die ja bei den Olympischen Spielen ein Langlauf-Event und die Grubenlampen haben... Wann waren denn die Olympischen Spiele? In Helsinki, 1952. Richtig. 1952. Olympische Spiele, 1952, Helsinki, sehr interessant. Ja. Aber hat nichts mit der Antwort zu sagen. Sehr interessant. Saarland hatte ja mal, war ja mal ein eigenes Land. Noch interessanter. Ja, genau. Und wann war denn Volksabstimmung im Saarland? 1950? Oder 53? 59. Also, 1952 zu den Olympischen Spielen. Behaupte ich jetzt mal, könnte es sein, dass das Saarland noch mit einer eigenen Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen antrat. Und deswegen ist dort als Erinnerung diese Grubenlampe aus dem Saarland als Erinnerung. Also, richtige Antwort. Ja! 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 Nein! Nein! Das macht mir an! Super! Ja, super! Sehr schön! Ja, gut! Das ist genau so, wie Herr Bohne gesagt hat, Saarland hatte eine eigene Mannschaft 1952. Als Dank wurde diese Grubenlampe geschenkt. Und dazu kam noch, dass in dieser Grubenlampe 1952 die Olympische Flamme auf ihrem Flug von Athen nach Skandinavien aufbewahrt wurde. Und das ist der Grund, warum diese Lampe heute dort steht. Wie geil ist das denn? Mach mal weiter, ich hör jetzt zu. Super! Was war denn jetzt geil? Die Frage oder die Antwort? Nein, wie das hier gerade läuft. Ich hätte jetzt gerne Chips und ein Bier. Seit wann trinkst du denn Bier? Nein, ich will das hier nur stehen haben. Ja, ja. Machen Sie doch nicht wenige Leute, die fordern, dass das Saarland bei den nächsten Spielen auch wieder mit einer eigenen Mannschaft antritt, oder? Ja, wir haben zweifach zwei jetzt. Weil das Licht aufgegangen ist. Aber sehr interessant, das stimmte alles. 1952, das war absolut richtig. Matthias, es tut mir wahnsinnig leid, aber... Ich wusste doch nicht mal, was das Saarland ist. Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie trotzdem Fragen zu Hause haben, eine oder mehrere, und Sie denken, vielleicht habe ich eine Chance 500 Euro zu bekommen, schicken Sie uns die bitte. Genial daneben, 50 616 Köln. Oder machen Sie es ganz einfach, rufen Sie an, 01278 10 11 20. Noch einfacher ist natürlich eine E-Mail, fragen-at-genial-daneben.de. Wie gesagt, eine Fragen, 10, 20, völlig egal. Denken Sie daran, wenn Sie aus dem Saarland anrufen, die 0049 vor. Haben wir gestern aus dem Saarland heute Abend? Eher da, so wie der guckt. Wo? Okay. Gehen wir mal nach Wettmashagen. Wettmashagen liegt in Niedersachsen, dort wohnt Stefan Heise. Hat eine sehr schöne Frage, sie lautet, was ist eine Klatschtrommel? Deswegen bin ich hier heute. Es gibt, es gibt, ne, die heißt nicht Rohrtrommel, die heißt Rohrdommel. Es gibt doch so einen Vogel. Ja, Dommel. Heißt Dommel, schade, schade, schade. Klatschtrommel. Es wäre bei einem Vogel gewesen, schade. Klatschtrommel ist eigentlich mein zweiter Vorname. Sehr schön. Da hätte ich aber gefragt, wer oder was. Also, ja, ja. Ich frage ja nur, was. Eine Klatschtrommel hat es was mit einer Waschmaschine zu tun? Waschmaschinen haben ja Trommeln. Und bei der Klatschtrommel klatschen die Wäschestücke so gegeneinander, dass das im Schleudergang sie trocknet. Im weitesten Sinne ja. Ach. Wie jetzt? Im weitesten Sinne ja. Im weitesten Sinne ja. Im Sinne von eine Klatschtrommel ist in einer Waschmaschine? Ne, ein sich drehendes Ding, das zusammen klatscht. Am Fluss? Das ist am Fluss. Am Fluss. Im weitesten Sinne ja. Aber wirklich nur im weitesten Sinne. Absolut. Früher sind die Frauen doch zum Fluss gegangen zum Waschen. Ne? Ja. So. Und dann haben die erstmal das Böttchen Bunz dabei gehabt und dann haben die sich einen Stein gesucht. Einen was? Einen Stein. Ja. Aha. Und dann haben die mit der Wäsche auf den Stein gehauen. Nicht umgekehrt? Und dann. Nein. Kommt drauf an, was nass war. Nein, nein, nein. Mit der Wäsche auf den Stein. Und dann? Diese Frauen nannte man Klatschtrommeln. Als Spitznamen. Wenn es üppige Frauen dann haben. Ja. Ich glaube eine Klatschtrommel haben wir alle an unserer Fahrräder früher gemacht. Das war, so nennt der Fahrradfachverkäufer. Der wer? Der Fahrradfachverkäufer. So nennt er die Spielkarten, die man mit... Ist das ein Lernberuf? Jaja, das kann man lernen. Wenn man lernen kann, kann man das lernen. Machen Sie. Und zwar werden das so Spielkarten mit einer Klammer hinten ans Hinterrad gemacht. Und die klatschen immer gegen das Hinterrad an die Speichen und das trommelt. Gatz, 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 gatz. Warum macht man das denn? Weil's geil klingt. Ich hatte teilweise vier Stück und hab dann beim Fahren mit dem hinten einfach immer wieder rangezogen, weil je mehr Druck drauf war, desto lauter war das. Muss doch ein kleines Fahrrad gewesen sein. Ich hatte viele Karten. Aber ist das doch im Grunde der technische Vorgang nur übertragen in die frühe Industrie, zum Beispiel das Trommelwerk einer Wassermühle, könnte ich mir vorstellen. Also das, was dann den Hammer dazu bringt, in einer Schmiede die Arbeit durchzuführen. Das ist die Klatschtrommel. Wer? Es dreht sich das Wasser, das Mühlrad dreht ein Rad an, auf dem Rad sind kleine Nupsis und die Nupsis drücken einen Hammer hoch. Der geht hoch, wenn der Nupsi vorbei ist, pack, fällt der Hammer wieder runter. Danke. Als Sie bei mir eben zutraulich waren mit im weitesten Sinne ja. Wenn der Nupsi vorbei ist. Meinten Sie dann im weitesten Sinne das System, was ich beschrieb, nämlich dass Dinge in einer Trommel zusammengeklatscht werden, oder waren Sie schon bei der Waschmaschine? Im weitesten Sinne das System. Das System. Also es ist eine Trommel, in der Dinge gegeneinander geklatscht werden, um sich entweder zu färben, einen Färbeprozess durchzumachen, oder um sich zu trocknen. Das ist aber nicht da, wo die Hamster immer gegeneinander klatschen. Das gibt's ja auch. Wenn ihr die gegenläufig reinsetzt und los! Habt ihr das nie gemerkt? Nein! 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 Er kennt sich da aus, er war drin. Ich lache auch noch. Okay, also wir sind auch nicht bei Lottozahlen in der Trommel, sind wir auch nicht. Da klatschen die... Ne, das ist eine Lostrommel, glaube ich, oder? Ja, genau. Eine Klatschtrommel. Es gibt doch Trommelrevolver. Ja. Haben die was mit der Klatschtrommel zu tun? Also da ist ja so eine Patrone... Also da, wo man die Patronen reinschiebt, das ist ja die Trommel. Mhm. Und die hat ja eine Stelle, wo es klickt, wenn die weiter läuft. Das wäre dann eine Klick-Trommel. Ja. Aber wahrscheinlich gibt's ja auch ihn so groß für Sehbehinderte oder so. Da klatscht es dann. Dann hat es etwas mit einer Beton-Mischmaschine zu tun, die ja durchaus auch so ein Trommel-ähnliches Döner hat, dass dann... Achso, und der Beton wird immer nur geklatscht von diesem... Dass der Beton oder der Zement sich mischt und klatscht. Das ist gut. Ne, hat damit nichts zu klatschen. Ich bin beim Ein-Mann-Unterhalter in der Fußgängerzone. Ja! Ich probier's jetzt mal ganz andersrum. Ja. Der hat eine große Trommel vor sich. Und oben hat der zwei so Hände aus Kunststoff. Ja. Ja. Die sind mit so einer Wäscheschnur verbunden mit so einem Klöppelberg. Wäscheschnur? Weil Sie sagten ja, Waschmaschine arbeitet. Haben Sie ja extra darauf hingewiesen. Das System hat er gesagt. Das ist genau das. Genau das ist das System. So, und nun trommelt der, während der gleichzeitig auf seiner Panflöte rumbinert und dann Bums und dann klatschen die Hände zusammen. Gelöst. Prima, danke. Drei von drei. Ja. Klatsch mal. Also wir sind bei der Reinigung, ja. Vielleicht sind wir ja... Bei der Reinigung von irgendwelchen Dingen. Wer sagt das? Ich. Sag das aber nicht. Ne. Mein Reinigung ist totaler Unsinn, wenn man sich das genau überlegt. Wir sind bei der Vermischung von Dingen. Ja. Schon eher. Dinge werden gemischt. In einer Klatschtrommel werden verschiedene Farben ineinander... Aaaaah! Die Klatschtrommel. Es gibt so zum Malen, gibt es so Drehtrommeln. Da wird in der Mitte etwas gedreht und dann tropfelt man von oben Farbe herein. Und die Farbe, die klatscht an die Seite hin und her. Und es gibt wunderschöne Bilder, die man zum Muttertag verschenken kann. Und wo alle Mütter sagen, ach wie schön. Aber nicht wissen muss es dann hinräumen, damit es keiner sieht. Die... Also Farben. Farben. Farben? Klatschtrommel, Farben. Farben? Machen wir weiter. Ja, Farben. Farben? Nein, Klebstoff. Klebstoff? Farben. Klebstoff. Klebstoff? Farben, Herr Balder, Farben! Ja, Farben! Farben? Farben? Spritzpistole. Farben? Ja, Farben. Klebstoff? Farben. Farben. Färberweit. Farben. Herr Balder, soll ich Ihnen mal auf den Rücken schlagen, damit Sie weiterkommen im Tritt? Lass mal gucken, ich glaube der Netzanschluss ist rausgefallen. Farben? Klebstoff? Farben? Klebstoff? Farben? Klebstoff? Ja, aber... Putz! Wie heißt das denn beim Auspuff, dieses runde Ding, das ist die Pfanne? Rohr! Da sind wir wieder bei der Rohrtrommel. Rohrtommel. Rohr ist der Stängel hinten. Ähm... Rohr ist der Stängel? Ja, der Topf! Der hohle Stängel, der Strohhalm, der hinten aus dem Auto rausguckt. Davor ist doch so ein rundes Ding, das sieht aus wie eine doppelseitige Pfanne. Der Topf. Das ist der Auspufftopf. Genau. Und? Und zwar nicht die Klatschtrommel. Trommeltopftopf. Schade, die Frage ein bisschen anders. Herr Nur, du warst doch dran mit dem Trommelrevolver. Ich wollte die Frage einfach nochmal hören. Was ist eine Klatschtrommel? Sind wir denn eventuell beim Landwirt? Ist eine Klatschtrommel, um Samen zu mischen oder miteinander zu verpappen, um irgendetwas zu säen? Warum sollte er Samen verpappen? Und warum klatscht das? Und warum klatscht der dabei? Vielleicht ist es einfach seine Art. An die Wand klatscht. Egal, es wird was vermischt, oder? Ja. Kunststoffe werden vermischt. Kunststoffe? Chemische Stoffe. Warum denn? Weil die sind so einsam, wenn die so getrennt sind. Das ist wie so eine Partnerbörse. Wie ein schemanisch depressiver Kunststoffmixer. Genau. Und dadurch, weil das sich da drin dreht, fängt er an zu klatschen und fühlt sich nicht mehr einsam. Finde ich gut. Ich hab zu viel gehen in dein Leben geguckt. Entschuldigung. Also Rührung ist aber auch in jedem Fall wichtig. Richtig. Also es wird etwas verrührt, verklatscht wie eine Trommelmaschine. Großbäckerei. Naja, so ähnlich ein bisschen. So ähnlich. Und dann soll es in einem entfernten Sinne mit der Waschmaschine zu tun haben. Teig. Zumindest das Prinzip der Trommel. Bäckerei war gerade das Stichwort. Das Prinzip ist ja mit der Waschmaschine, mit der Trommel, das haben wir schon geklärt. Genau. Das ist ja richtig. Die Frage ist also, aber was denn? Was wird vermischt? Was wird geklatscht? Eis. Speiseeis. Was wird aneinander geklatscht? Teig. Teig. Lebensmittel scheiden glaube ich aus. Lebensmittel sind sehr schifft. Wurst. Wir sagen, warum leben Lebensmittel? Wurst. Wann sie noch im flüssigen Zustand ist. Wurst. Blutwurst. Klatschen. Blutwurst. Im flüssigen Zustand. Ja, ich glaube. Die länger sie vermischt, kommt dann die Wurst dazu. Oder wie? Die Wurst ist schon, ist ja aus Blut auch. Aber egal, vergiss es einfach. Was ist denn eigentlich Klatsche? Weil dann würde ich sagen, dass Klatsche dort vermischt wird. Der Klatschtrommel. Aber was ist Klatsche? Alles gut. Ja, also man muss es ja geben, denn man sagt ja oft, der hat einen an der Klatsche. Ja. Kommt das? Ist das, wenn sich der Kopf dreht, weil man gesoffen hat, dann hat man einen an der Klatsche und dann dreht sich das und dann werden Gedanken vermischt? Was? Wenn man... Ich hab nur überlegt. der 이상ent planeiert. Kommt. Aber du hast schon noch andere Fragen dabei. Ja, ich hab' noch ein paar, ich werd's euch auch gleich sagen. sino kurz davor, Lebensmittel irgendwas wird, also wir sind nicht beim Klatschen. Wir sind nicht beim... Klatsch-Klatsch-Klatsch-Sohn. Was gibt's denn sonst sowas gemacht? Mäßchen Mr.-Soßen In Großcüchen wird in der Klatschtrommel wird ähhar-Soßenbinder drunter gemacht. Salat wird getrocknet, in so etwas. Kopchnet. Es muss ja auch einen Grund haben, warum das ganze Klatschtrommel heißt. Ja. Schnitzel. Was? Schnitzel! Also im Schnitzel, das wird gedreht und die Trommel der Trommel macht immer papp 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 papp. Und dann rennt das Schwein, also das Schnitzelstück. Kommt doch an, wie früh man das Schwein da einsetzt. Ja, dann ist es zarter. Genau, das haben wir jetzt nicht verstanden. Da kommt so ein Schnitzel in die Klatschtrommel, also ganz viele Schnitzelgroßküche und dann wird die Klatschtrommel bewegt und dann klatscht das die ganze Zeit auf das Fleisch und das wird total zart. Ist aber nicht Ihr Ernst. Ja doch, das ist plausibel. Ich sag's euch. Wachs. Das müssen Sie nicht zu mir sagen, das müssen Sie zu ihm sagen. Wir warten jetzt mal so lange, bis die Leute das im Publikum verstanden haben. Nein, ich guckte gerade auf meine Klasse, sagte Wachs und er meinte ich... Jaja. Sie haben es verstanden, es war nicht komisch. Ich weiß. Man muss auch mal in so einer Sendung so einen kleinen Ruhepol haben. Ich sag's euch. Ganz kurz, wer hat's verstanden? Bitte. Eins, zwei, drei, vier... Ja, jetzt hinterher. Kurz im Internet nachgeguckt. So, ich sag's euch mal. Heringe fallen in der Fischfabrik nach dem Waschen vom Förderband in einen großen Edelstahlbottich. Der ist voll mit Gewürzlake. Damit sich die Lage mit dem Hering schön vermischt, drehen sich diese Behälter im Kreis, wie die Trommel einer Waschmaschine. Und weil die Heringe da mit Karacho reinklatschen, heißt das ganze Ding Klatsch. Klatschtrommel. Klatschtrommel. Ja, aber wenn Sie schon bei Lebensmitteln zutraulicher gewesen wären, dann wären wir doch... Ich war sowas von zutraulicher. Also wenn wir Hering gesagt hätten, hättest du uns die Lösung gesagt? Bei Hering hätt ich gesagt? Nee, dann hättest du nach der DNA-Struktur gefragt. Ich kenn den. Okay, nächste Frage. Miriam Müller wohnt in Fürth. Und Miriam Müller möchte wissen, was versteht man unter wilder Luft? Wilde Luft? Oh. 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 Wilde Luft. Wilde Luft. Oben auf dem Berg. Wo? Auf dem Berg. Da gibt's wilde Luft. Auf dem Berg gibt's wilde Luft. Ja, wenn an so einem hohen Berggipfel viele verschiedene Luftströmungen aufeinanderprallen, warme und kalte Luft, dann spricht der Meteorologe von wilder Luft. Aber ich geb dir gleich noch ne Tablette. Ja. Ich werd beim Bergwerk. Im Bergwerk redet man ja auch vom Wetter und vielleicht ist wilde Luft, wenn auf einmal irgendwelche Gase in irgendwelche Gänge strömen, wo sie nicht hingehören, oder auf einmal ein Luftzug entsteht, der üblicherweise nicht dort auftaucht, dann rufen alle, wir haben wilde Luft! Alles raus! Ja. Wer ruft das? Der, der fächert. Ja. Oder auch in der chemischen Industrie übergeordnet ein Gasgemisch, das mit den verfügbaren Messgeräten nicht zugeordnet werden kann. Also da schlägt auch nix an, aber der Chemiker merkt, oh hier ist jetzt keine fürs Einatmen geeignete Luft vorhanden, sondern etwas anderes, aber die Messgeräte sind jetzt auf diese Chemikalien nicht geeicht. Da spricht der Fachmann von wilder Luft. Ja. Ich glaube, wilde Luft ist, wenn ein Flugzeug aus einem anderen Kontinent kommt und in einem fremden Land aussteigt und keine Einfuhrpapiere hat, dann ist das wilde Luft und die muss wieder zurück. Ich glaube, wir sind ja wieder bei Schaustellern. Ja. Der Schausteller an sich diese jungen Männer zum Mitreisen gesucht, die bei der wilden Maus arbeiten. Achso. Achso. Das ist ja ganz klar. Entschuldigung, bei wem arbeiten die? Bei der wilden Maus. Wer ist das denn? Ja, das ist eine Gerätschaft auf dem Rummel. Und wenn man da drauf geht und dann hat man vielleicht vorher ein bisschen Angst und dann lässt man einen fahren, verlaute Angst. Darum heißt das ja Fahrgeschäft. Deshalb heißt das auch Fahrgeschäft. Und da kann manchmal passieren, dass einem durch die Verwirbelung entsteht eben diese wilde Luft. Bei der wilden Maus auf der Kirmes. Dieter schüttelt den Kopf. Ich glaube, er möchte was sagen. Ja. Ich halte diese Antwort für nicht richtig. Übrigens war der Hugo eben, der Herr Balder war ein bisschen nachdenklich, als du bei der Chemie warst. Was war ich da? Da waren sie dann nicht so... Nee, gar nicht. Wie war ich da? Nee, er war nur wieder in der Phase, er musste sich erinnern, welche Sendung steht alles auf dem Zettel auf. Ich glaube... Also es hatte nichts mit Chemikalien zu tun? Nein. Ich glaube, es ist aus dem Medizinischen. Wilde Luft bezeichnet der Mediziner Lufteinlagerung im Körper an Stellen, wo keine Lunge ist. Zum Beispiel nach einer Operation, wenn da noch Luft im Körper ist. Oder wenn bei einer Verletzung die Lunge zerstört ist und man atmet sozusagen in den Bauchraum hinein. Das nennt der Mediziner... Man atmet wo rein? Man atmet in die Lunge, aber die Luft geht halt irgendwo anders hin, wo sie nicht hingehört. Dann sagt er, wir haben ja eine wilde Luft. Ja? Sagt der Mediziner. Ja, weil der Typ redet ja so die ganze Zeit richtig. Aber ich finde Medizin sehr gut und gehe mal schnell mit euch zum Zahnarzt, weil das unangenehmste mit beim Zahnarzt ist doch... Oh, wenn die mit der Luft... Oh, dann wirst du wild vor Wut. Oh! Und die hören ja nicht auf. Da ist der erste... Oh! Dann machen die das ja noch... Nochmal und nochmal... Oh! Ich glaube, das ist wilde Luft. Wenn der Zahnarzt in diese... Oh! In diese ausgebohrten Löcher... Ja! Oh! Und wenn er dabei lächelt. Wie schön war das, als die noch alle den Mund zu hatten. Aber jetzt kann man wieder sehen... Und wenn der dann ausatmet, das ist dann die... Nein! Das ist... Zahnarzt sind wir nicht. Nein. Zahnarzt sind wir auch nicht. Medizin sind wir auch nicht. Medizin sind wir auch nicht. Ach! Veterinär. Medizin sind wir auch nicht. Ich bin Veterinär. Sehr gut! Kühe! Kühe! Ah! Koliken! Ganz schlimm! Unser Meerschweinchen... Oh! Geh weg! Unser Meerschweinchen ist daran gestorben, an so einer starken Darmvergasung. Das bläht sich auf und das kann sich nicht... Guck weg! Das Meerschweinchen ist wirklich daran gestorben. Hat das was mit wilder Luft zu tun? Ist das dann plötzlich ein Knall? Nein, nein, nein. Das Problem ist bei Tieren, die... Das bläht sich auf und wird diese Luft nicht wieder los. Und... Steigt das auch hoch dann? Das Meerschweinchen... Die Klatschtrommel gesetzt. Da wärs dann sofort jeder weg. Guck dir, das war das Zimmer von Gefa! Ja, die von Gefa, genau. Ach, Gefa! Aber die Sachen Medizin ist richtig. Jetzt ist die Frage, ist das im menschlichen Körper? Oder es gibt doch auch diese Legionärskrankheit, die gerne angeblich durch Klimaanlagen übertragen wird. Das sind schlechte Viren in Krankenhäusern. Richtig, gut. Vielleicht spricht man da von wilder Luft. Legionärskrankheit. Legionärskrankheit. Wenn sich Papierin oder Viren durch Klimaanlagen verbreiten. Nee, nee, ist schon im... Im Körper. Ja. Und wir sind auch beim Menschen, nicht beim Tier. Beim Tier. Wir sind bei allen. Kann auch bei Tieren wahrscheinlich sein. Wir sind bei Menschen. Wir sind bei Menschen. Lufteinschlüsse, hattest du schon? Ich hatte Lufteinschlüsse im Darmbereich. Oder in den Ohren. Ja, wo denn jetzt? Das ist ja weit außerhalb. Ja, 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 ja. Wenn sich der Darm in den Ohren verharrt. Ja, 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 ja. Das ist wie bei den Meerspeitzeln. Natürlich. Also Darm wäre naheliegend, natürlich. Darm ist naheliegend. Aber nicht richtig. Aber nicht richtig. Und Ohren, Herr Balder? Ohren ist weiter weg vom Darm, jetzt. Wilde Luft. Wilde Luft. Also es muss ja ein Bereich des Körpers sein, in dem normalerweise keine Luft vorhanden ist. Nach einer Bauchspiegelung zum Beispiel wird ja der Bauch voll Luft gepumpt. Bauchspiegelung. Aufgepumpt, förmlich, dass man aussieht wie Schweinchen. Wie ein Meerschweinchen sieht man da. Ja. Sind wir vielleicht bei Geburten? Bei Geburten sprechen vielleicht Hebammen von wilder Luft? Wenn was passiert? Keiner. Ich habe so selten geboren, Herr Balder. Ich wollte einfach mal in einen anderen Fachbereich reinstoßen. Ja, aber da sind wir ja jetzt alle falsch. Was wollten Sie? Ich wollte mal in einen anderen Fachbereich. Ein Vorstoß war es, Herr Balder. Wir lassen das mal so stehen, meine Damen und Herren. Denken Sie auch mal drüber nach. Bisschen Werbung sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Wir wollen immer noch wissen, was versteht man unter wilder Luft? Frau von Sinnen wollte irgendwo vorstoßen. Ja, aber ich wollte einfach in den Bereich der Gynäkologie gehen. Geburt nicht. Pathologie. Oh, sehr gut. Ja, also der Tod. Die Leiche an sich. Also noch drei Chancen. Das ist jetzt die dritte, dann noch zwei. Also Pathologie. Pathologie. Also der Tote ist jetzt tot. Ist wahr. Liegt auf dem Tisch. Ja. Und es bilden sich Gase im Leichnam. Und der Pathologe spricht von wilder Luft. Ja. Vorschlag Nummer zwei. Eine Blase, die nicht mit Wasser, sondern mit sehr viel Luft gefüllt ist. Die ist teilweise so groß, dass man Tiere draus knoten kann. Wir sind in der Medizin. Sind wir im Hals-Nasen-Rachen-Bereich? Bei Erkältungen, bei Infekten. Wo? Wenn man falsch... Nebenhöhlen. Stirnhöhlen. Da wo die Luft ist. Wenn man ein Fenster in der Nasenscheidewand hat, dann geht die Luft von der einen Seite... Warum soll ich denn ein Fenster da haben? Ich sehe ich ja eh... Ich habe zum Beispiel ein Fenster und ich kokse nicht. Das ist ganz... Viele Kokse haben ja Löcher in Nasenscheidewände. Ich kokse nicht. Du kannst es bestätigen. Nein, 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 nein. Du kannst es aber noch bestätigen. Du kannst es jetzt auch vergessen. Aber wir sind 30 Jahre befreundet und du kannst bestätigen, dass ich nicht kokse. Natürlich. So, und ich habe ein Loch in der Nasenscheidewand, weil das jemand verfuscht hat bei einer Begradigung meiner Nasenscheidewand. Welche Möglichkeit haben wir denn noch? Wenn wilde Luft ist, in der Speiseröhre... Wo gibt es denn überhaupt noch Öffnungen? Wo könnte was entstehen? Im Kopf? Dieter Bohlen! Nee, Rachen! Nee! Äh, nee, warte mal! Das ist ja so ganz arg! Das ist ja so ganz arg! Das ist ja so arg! Das ist ja so arg! Das ist ja ein schöner Gedachten! Also, ich sag's euch mal! Nee, nee, nee! Wir sind doch im Rachen! Wir sind doch im Rachen, oder? Also, letzte Chance! Wir sind im Rachen! Letzte Chance jetzt! Sind das die Düfte, die Bakterien ausscheiden, die sich von Nasenschleim ernähren, die zum Mundgeruch führen, wenn man Knoblauch gegessen hat? Wenn durch die Trompete, durch die Ohrtrompete die eingeatmete Luft in die Ohren rein gerät, dann spricht man von wilder Luft. Ach so! Wenn durch die Ohrtrompete oder in den Bereich des Hals-Nasen-Ohren-Traktes Luft vordringt, wo sie eigentlich nicht hingehört. Ich sag's euch jetzt! Das ist ein Fiepen beim Ries! Ah! Ich hätte euch den Tipp geben können, ich kenne es, aber dann wäre ich in Gefahr gelaufen, dass vielleicht Frau von Sinnen sich erinnert oder auch nicht erinnert. Dass wir beide Nasenspray-süchtig sind? Nein! Ich hatte in meinem Leben zwei Stimmband-Operationen. Ah! Wenn sich unsere Stimmbänder zum Beispiel wegen einer Entzündung nicht mehr vollständig schließen beim Sprechen oder beim Singen, dann entweicht durch diese Ritze Atemluft, die für die Lautbildung nicht gebraucht wird. Folge, Sprache oder Gesang klingen heiser. Eben weil die Luft unkontrolliert, also wild herauskommt. Für den Logopäden ein klarer Fall von wilder Luft-Stimmbandentzündung. Okay! Miriam Müller aus Fürth, 500 Euro für Sie! Und ich bin gerade heiser. Was sind Sie? Ich bin ein bisschen heiser. Ja, höre ich gar nicht. Jetzt wurde es gesagt. Nicht? Nein. Nein? Nein. Ich finde, Sie klingen ganz normalerweise. Ja, finde ich auch. Das macht mir jetzt gerade Sorge. Wie ein junges Reh. Ein junges Reh. Er klingt wie ein junges Reh, Herr Balder. Sind Rehe eigentlich? Erstmal sind Sie weiblich, was mir glaube ich gerade Sorge macht. Ja, man sagt ja auch, ich schlafe wie ein Pferd. Das ist ja auch albern, nicht? Was sagt man? Man sagt ja auch, ich schlafe wie ein Pferd und ich habe geschlafen wie ein Pferd. Wer sagt das denn? Ich schlafe wie ein Pferd. Man sagt, ich schlafe wie ein Bär, aber doch nicht wie ein Pferd. Winterschlaf, aber Pferde, ich glaube, schlafen Pferde überhaupt? Und vor allen Dingen auch im Stehen. Kein Mensch schläft wie ein Pferd, alter Mann. Wie ein Murmeltier, sagt man. Murmeltier, so ist es richtig. Ich schlafe wie ein Murmeltier. Sie haben eine Stimme wie ein Marienkäfer, das könnten Sie vielleicht sagen. Dieter, Pferde stehen auf dem Flur. Könnten wir die nächste Frage haben? Karl-Heinz Reif wohnt in Breberhaven und möchte wissen, was ist ein sogenannter... Ein Postknochen. Ein Postknochen. Ja, das ist jetzt wirklich einfach. Das sind die Knochen von den Briefträgern für die Hunde. In die Vorgärten, damit Sie an denen vorbeilaufen können. Kriegt der Postknochen, ist der... Kommen wir los. Hier, lecker Knochen und dann schnell den Brief eingeworfen wieder raus. Das ist der Postknochen. Gibt's das heute noch? Ne. Ja, sonst hätte ich es ehrlich gesagt. Ich glaube, drei Theorien. Tatsächlich... Kommen wir mal alle drei. Reale... Pass auf, drei. Reale Knochen. Musikknochen, ursprünglich dem Posthorn entlehnt. Das ist übrig geblieben, nur der Postknochen. Zweitens im Ohr. Das ist ein rudimentärer Gehörknochen. Neben Amboss, Hammer und Sichel hätte ich gesagt. Aber Sie wissen schon... Guck mal, wenn man nichts mehr hört, einen Brief einwerfen. Ja. Genau. Damit man überhaupt noch was mitkriegt. Ja. Und schließlich bei den Brieftauben, da gibt's natürlich den Knochen, der für den Antrieb letztendlich verantwortlich ist und damit auch für die Brieftaubenerei. Da habe ich heute Morgen was Interessantes gelesen. In Sao Paulo haben die Häftlinge sich von Brieftauben Handys und Aufladestationen ins Gefängnis fliegen lassen. Fand ich fiffig. Das haben Sie heute gelesen? Ja, heute. Ist schon Wochen her. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ich muss es sagen. Ja, ja. Oh, ich hab vor Wochen was Interessantes in der Zeitung. Wie sind wir da? Ja, so ungefähr knapp drei Wochen. So. Muss so Anfang ab gewesen sein. Aber... Ja, ich wundere. Ich hab's nämlich auch gelesen. Ja, ja. Schau mal das. Ne, aber mit dem rudimentären Knochen. Wir haben doch auch diese, äh, hinten am Streis. Diese ehemaligen, äh... Ja. Knochen, der noch drin ist, aber in Entwicklungsmitteln wir nicht mehr brauchen. Was ist ein sogenannter Postknochen? Ja, wieso? Haben wir doch jetzt gerade gewusst. Nein, nein, nein. Das ist es ja alles nicht. Der postevolutionär noch, äh, am menschlichen Körper sich befindet, aber nicht, äh, keine Funktion mehr hat. So nicht. Ist er ein Postknochen, aber so ähnlich. Hat gar nichts mit dem Knochen im menschlichen Körper zu tun. Ist der... Ah, da glaube ich schon. Der Postknochen ist ein Knochen... Hat das was damit zu tun oder nicht? Ja. Nein. Nein, natürlich nicht. Schade. Postknochen. So, ein Postknochen. Dann ist es vielleicht doch bezeichnet der Postbote eine zusammengerollte Zeitung als Postknochen. Was? Ich glaube... Eine zusammengerollte Zeitung. Warum denn? Weil die aussieht wie ein Knochen. Wenn die in der Mitte zusammengebunden ist, geht die da zusammen und am Rand geht die so... Ich pilzt die so auf. Nein, dann sieht sie aus wie eine Fliege. Ja. Dann wäre es eine Postfliege. Das ist ein Werkzeug, was der Postbote zur Verfügung hat, um bestimmte Türen oder Läden oder Kästen zu öffnen. Universalschlüssel, ja. Um etwas unterzubringen da, wo die Posten jeden Tag abgeholt wird. Wo wendet der das denn an? An Briefkästen. Bei den Verteilerkästen. Am rechten Auge. Woher soll ich es wissen? Nein, also Sammelbriefkästen oder das, ich finde das schon gut. Ein Sammelschlüssel... Werkzeug im weitesten Sinne ja. Für den Postboten. Also er wendet es an, zum Beispiel in Amerika, um diese Briefkästen, die ganz weit draußen sind, wo kaum jemand wohnt, mitten in der Pampa, 30 Kilometer entfernt. Da haben die so Einheitsschlösser um diese Briefkästen und die haben nur die Postboten. Sonst kommt dann nämlich niemand... Ja, das nennt man aber Schlüssel. Ah. So. Aber es gibt doch... Die haben doch ihre Verteilerkästen, wo die ihre Post zwischenlagern oder wenn die die Briefkästen selber aufmachen, um sie zu leeren, dann haben die doch so Spezialschlüssel, die so ganz toll immer an ihren Bunden hängen und super leer machen. Mit so Dreikant-, Sechskant-, Vierkant-Schlüsseln. Dieter... Ich geh mal... Diese Pfropfen, die man aus dem Boden holen muss, diese Prömmel... Was? Borke, oder wie man die sonst bezeichnet... Nupsis. Nupsis. Das war's. Pöller. 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 Die muss man aus dem Boden heben, da gibt's doch diese Werkzeuge für, diese Vierkant-Dinger, mit denen man eben diese Postknochen, mit denen man die öffnen kann, um zum Haus überhaupt hinzukommen, um die Briefe einzuwerfen. Richtig. Brieföffner, alter Mann. Ja, ja, Postknochen. Früher gab's noch Briefe, kennen Sie doch noch Briefe. Brieföffner, Ritsche, Ratsche, Hühnerkacke, aufgemacht Brief. Brieföffner aus einem Knochen geformt, Postknochen. Es ist eine veraltete Geschäftsidee aus den 30er Jahren. Früher gab's nicht nur Abonnements für Zeitschriften, sondern auch für Ochsenschwanz-Suppenknochen. Damit die Hausfrauen, die nicht dazu kamen, oder gerade damals auch in der Weltwirtschaftskrise in einem Dorf wohnten, in dem es keine Schlachtereien mehr gab, dass man trotzdem an sich eine leckere Ochsenschwanz-Suppe machen konnte. Und dazu kam dann einmal in der Woche ein dickes Kuvert mit einem Postknochen gefüllt. Ich sag's euch mal. Also Care-Paket-technisch. Ich sag's euch mal. Es ist ein Gerät, das etwas älter ist, aber auch heute noch zur Standardausrüstung von Fernmeldetechnikern gehört. Früher, die Älteren werden sich erinnern, ich mich auch noch, früher war für alles rund ums Telefon die Post zuständig. Raumer, geraumer Vorzeit. Auch der Techniker, der im Falle einer Störung kam, war ein Postler damals. Und der hantierte dann, so wie heute der Mann von der Telekom, mit einem übergroßen Telefonhörer rum. Hör- und Sprechmuschel waren besonders dick wie die N bei einem Knochen, deshalb nannte man diese Dinger Postknochen und nennt sie heute noch so. Haben wir alle bestimmt schon mal gesehen, wenn der Mann vom Fernmelde ankommt, hat er immer so einen riesen Teil, mit dem er dann Probe macht, noch nie gesehen. Also ich kenn's noch. Ich kenn's noch. Das ist der Postknochen. Karl-Heinz Reif aus Bremerhaven. 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr gut. So. Aufgelöst. Ja, sicher. Das war's. Ja, sicher. Das war's. Noch beim Telefon, sag doch noch mal, ein altes Handy. Wir haben ein bisschen Geld unter die Menschen gebracht heute. Ralf Morgenstein hat sofort eine Frage beantwortet. Und ich glaube noch eine, zwei haben wir uns genommen. Wie galt hat? Ja, wie galt war? Die Grubenlampe. Ja, die Grubenlampe. Hureka, Sie gar nicht heute. Was ist denn los? Ich hab zugehört. Ich fand das ganz sicher was gelernt. Ich möchte kurz sagen, dass Bären keinen Winterschlaf halten. Das brennt mir die ganze Zeit auf der Seele. Sondern Winterruhe. Ah. Das mag jetzt kleinkariert wirken. Aber passt zu Ihrem Hemd, Herr Hoek. Ein schönes Schlusswort, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 pour Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.